So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir sind angekommen im Kapitel Nummer 4. Müsste das jetzt sein? Letztes Mal komplett abgelust gegen Sabrina. Ich sehe, ich bin immer noch in meinem WLAN. Hoffen, das gibt keine Probleme. Gib deinem Kumpel 15 Snacks. Ja, das ist ja bescheuert. Mach 15 Schnappschüsse und fange ein Pokémon vom Typ Drache. Also die erste und die letzte sind ja richtig Mist, sage ich mal. Fange ein Pokémon vom Typ Drache. Kann man ja eigentlich beim Raid machen. Heute habe ich meinen Raid aber schon gemacht. Das heißt, ich warte natürlich bis morgen. Mach meinen täglichen Raidpass wieder weg in einem 5er Raid mit Regigramm. Dann habe ich einen Drachen gefangen. Ich wüsste auch gerade sonst nicht. Gibt es noch andere Drachen in Raids momentan? Ich glaube es nicht. Wir könnten irgendwas brüten. Aber ich habe eh nur 7 Eier, da sind glaube ich auch keine Drachen drin. Ansonsten tut es auch einen Rocketstop. Wollen wir aber auch nicht suchen. Ich warte einfach auf morgen. Mach ein Regigramm-Raid. Dann habe ich das fertig. Und im 5. Kapitel gibt es ja glaube ich nur Belohnungen zum Abholen. Also theoretisch können wir 4 und 5 zusammen machen. So, wir sind zurück. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Raid gemacht. Ihr seht, 16 Bälle sind da. Leistung des Teams gelb ist natürlich das Beste. Was soll es auch sonst sein? Super. Ich habe das nämlich jetzt auch mitgenommen, weil ich das jetzt in Ruhe fangen möchte. Und ich versuche jetzt wirklich mal jeden Ball einfach fabelhaft zu treffen. Ich glaube das Kapitel ist ja eh nicht so lang. Wir müssen dann nur noch eine Beere füttern. Ein Screenshot machen. So. Toll. Schon verkackt. Schon der erste daneben. Gut. Dann haben wir ja immer noch 15. Wir gucken mal wie oft wir es schaffen hintereinander einfach fabelhaft zu treffen. Wir wollen uns jetzt aber Zeit lassen den zu fangen. Können wir natürlich den Ton noch ein Stück anmachen. Da hört ihr das Suppenhuhn ein bisschen schreien. Na. Okay. Ja. Einfach fabelhaft. Wunderbar. So muss das aussehen. Irgendwie ist es ein bisschen kühl, aber na. So viel zu Video in die Länge ziehen. Weil es ist halt einfach schon drin. Dann können wir es auch gleich mal bewerten. Man weiß aber jetzt schon, dass es ziemlich schlecht ist. 52 ist eigentlich gar nichts. Ihr wisst 23,7 braucht das 100er. Dann machen wir gleich noch die anderen Aufgaben fertig. Dann müssen wir nämlich einmal auf unseren Buddy. Junge, Junge. Man sucht sich die dreckigste Seitengasse raus, die es gibt. Wo kein Auto lang fährt. Und ausgerechnet dann fahren natürlich 2000 Autos lang. Aber so ist das immer. Erst war es überall zu laut. Dann geht man hier hin. Jetzt wird es hier auch laut. Wir machen also noch ein Snapshot von unserem Buddy. Und füttern halt drei Bären. Eigentlich bräuchte ich nur noch eine. Aber wir füttern gleich mal drei. Da hat er wenigstens auch gleich die Energie voll. Ihr seht, die Aufgabe ist schon fertig. Ball haben wir einfach mal drauf. Dann läuft er wenigstens wieder mit uns. Hinten höre ich was Großes. Nein, komm nicht hierher. So, jetzt befindet sich der Buddy wieder auf der Map. Das ist sehr schön. Da können wir zurück. Ne, da oben geht es zurück. Da können wir nämlich noch die Belohnungen abholen. Und mal gucken, ob jetzt das Genesekt... Oh, ich habe doch oben gedrückt. Ich denke immer unten ist dann der Button zum Wegmachen. Wenn ihr einmal zurück seid. Aber irgendwie ging das nicht zurück. Vielleicht ist das Genesekt jetzt schon da. Vielleicht erst in der fünften. Müssen wir mal schauen. Aber normal ist in der fünften immer nur noch Belohnungen, die man abholt. Da ist auch das Serpifoy. Das habe ich mir schon gedacht. Bin ich jetzt nicht so begeistert. Nehmen wir natürlich trotzdem mal mit. Wir können euch mal hier drüben in den Park stellen. Ich nenne das bloß nicht Park. Da steht eine Bank und ein Zigaretten. Also ein Aschenbecher. Das ist auf jeden Fall heftig, der Park. Das bewerten wir auch gleich mal. Mit. Schlecht. Und gucken, was die Kapitelbelohnung ist. Ob das jetzt wirklich schon das Genesekt ist. Oder ob das im fünften kommt. Einfach durchdrücken. Gucken. Und. Oh doch. Wunderbar. Das heißt, Genesekt ist im letzten Kapitel. Da trenne ich das nämlich nochmal. Um euch noch ein bisschen auf die Folter zu spannen. Wie lange ich noch brauche. Um das Genesekt abzuholen. Das Ohrdorf fangen wir einfach mal so. Huah. Mit Sitzen. Im Gebüsch. Da nehmen wir aber gleich ein paar Bonbons mit. Das findet man ja so selten. So kann man gleich noch ein paar Bonbons machen. Vielleicht will man sicher mal eins hochziehen. Keine Ahnung, warum auch immer. Ich glaube, damit macht man trotzdem nichts. Gibt aber wenigstens ein bisschen Sternenstaub. So. Erster Ball nix. Zweiter Ball nix. Vielleicht bleibt es trotzdem drin. Ich bin schon wieder so außer Puste. Und so irgendwie, keine Ahnung, komplett geistig verwirrt. Man merkt das auch, wie ich rede. Dass ich gerade wieder mal komplett neben mir stehe. 15, 13, 11. Nimmt mal mit. Ist okay. Das war das Kapitel 4. Aber weil das so kurz war, habe ich mir überlegt. Ich baue noch eine Eierladung hinten dran. 0,7 von 2,3 haben wir jetzt. Wir brüten einfach nochmal 9, 7 Kilometer Eier. Denn ich brauche ja immer noch das Gala Zickzacks. Und vielleicht ist das ja da dabei. Ich melde mich also nochmal zurück, wenn die Eier aufgehen. So. Die Eier gehen auf jeden Fall jetzt auf. Ich bin so fertig mit der Welt auf jeden Fall. 9, 7 Kilometer Eier. Wir brüten mal. Und hoffen, dass jetzt ein Zickzacks dabei ist. Erstmal ein Flunschlik. Ein normales, kein Gala. Aus Hagen, Nordrhein-Westfalen. Von wem das ist, der schreibt es mal in die Kommentare. Ihr kennt ja das Spiel. Ich hatte gestern auch einer angeschrieben, der gesagt hat, hey, das eine könnte von mir sein aus der letzten Folge. Und ein neues Zickzacks, aber kein Gala Zickzacks. Aus Heilbronn, Baden-Württemberg. Das ist schön. Ich weiß immer nicht, was ich aufmachen soll. Normalerweise mache ich ja, wie gesagt, immer Abendsgeschenke. Jetzt mache ich es tagsüber. Da weiß ich ja nicht, wer den restlichen Tag vielleicht selber noch öffnet oder interagiert. So, das nächste Zickzacks aus... Oh, Georgetown. Pulao Pinyang, Malaysia. Wer wohnt denn da, Bruder? Das ist bestimmt ein Spoofer. Oder mein malaysischer Freund. Jeder hat ja einen malaysischen Freund in der Liste. Das erste Gala Zickzacks auf jeden Fall. Das ist schön. Jetzt brauche ich trotzdem noch zwei. 15, 13, 12 aus Duisburg. Duisburg, wie auch immer. Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, das werden wir dann auch gleich entwickeln. Damit in dieser Folge noch was Krasses passiert ist. Aber erst mal die anderen durchlaufen lassen. Vielleicht kriegt man ja noch ein besseres, ein normales Mauzi. Hätte auch shiny sein können. 13, 14, 15 aus Dresden, Sachsen. Okay. Ich habe wieder kein Sternstück angemacht. Ich weiß nicht. Lohnt sich das bei den Siebner-Eiern? Ich mache immer, wenn ich 9, 10er brüte, mache ich eins an. Aber bei den Siebnern eigentlich nicht. Jetzt ein Flampion. Ich glaube, ich habe vom Tobi gehört. Der hat mehrere Zickzacks, aber der hat noch keinen Flampion. Vielleicht kann ich ihm ja eins traden. Und er gibt mir noch ein Zickzacks dafür. Ein Tick-Tack. Genau. Noch ein Flampion aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Nehmen wir auch noch mit. Und ein... Die Leute denken immer zu, ich rede mit dem Briefkasten. Ich habe euch nämlich auf den Briefkasten gestellt. Das nächste Flampion. Also daran mangelt es auf jeden Fall nicht. Aber schön. Dann nehmen wir wenigstens noch ein paar Bonbons mit. 11, 15, 14 aus Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg. Und ich frage mich immer noch, da gibt es ja noch eine zweite Form, wenn ihr das entwickelt, wann die ins Spiel kommen soll oder wie die dann reinkommt. Das zweite Gala Zickzacks, das ist sehr fein. Vielleicht ist das sogar noch besser. Quedlinburg, Sachsen-Anhalt. 14, 12, 11. Ich glaube, das erste hat er 15 Angriff, oder? Ich werde auf jeden Fall das erste entwickeln, denke ich mal. Ich muss ja nur noch den WP gucken. Die sind ja alle das gleiche Level. Da wisst ihr ja, dass... Die ganze Zeit nix und jetzt einfach drei Stück in einer Folge. Das ist genial. Aber das ist, glaube ich, das Schlechteste aus Untermarsfeld, Thüringen. Ist das etwa immer noch vom Konstin? Kann das sein. Da muss ich mal reingehen. Ich habe ja jetzt hier die drei Stück. 284 ist das Höchste genau. Das werden wir direkt mal durchentwickeln. Genügend Bonbons sind ja da. Und ich habe auch gesehen, wie gesagt, Sabrina im Kapitel 3 hat auf jeden Fall mit der Endentwicklung gekämpft. Und die soll eigentlich auch recht gut sein. Auch sehr überraschend. Ich kenne die Attacken zwar nicht, aber auf jeden Fall kann das dann auch Kampfmoves und Unlichtattacken irgendwas. Ein Geradax, genau. Standpauke, Mülltreffer. Aber wir holen uns natürlich den neuen Pokédex-Eintrag für 100 Bonbons. Der steht dann auch extra im Gala Pokédex. Ihr habt im Endeffekt genau zwei Pokémon im Gala Pokédex dann. Das Mautzinger und eben hier diese Weiterentwicklung, weil das eben zwei völlig neue sind. Die anderen sind ja nur neue Formen von bestehenden, aber das gibt es ja vorher nicht. Das hat ja vorher keine dritte Entwicklung gehabt. Barrikadax, nehmen wir mit auf jeden Fall, Konter-Hüberstrahl, Unlicht und Normal. Das heißt, eigentlich müsste auch Kampf gegen das effektiv sein, weil gegen Normal ist ja eigentlich fast alles effektiv. Achso, ich brauche es ja gar nicht bewerten. 14,98. Das wäre sogar perfekt für die Superliga. Da muss ich mal gucken, auf was das kommt. Das zweithöchste entwickeln wir auch nochmal hier kurz durch zu Geradax. Und dann war es das, glaube ich, von meiner Seite aus. Das Kapitel 5. Mach mal, wie gesagt, trotzdem extra. Und vielleicht, ich habe ja immer noch Bock, ich kann noch Geschenke öffnen, ich kann noch Eier brüten. Bevor wir nur das Genesekt abholen, brüte ich im Kapitel 5 einfach nochmal eine Fuhre Eier, damit es spannender ist. So, jetzt haben wir auch alle drei hier. Alles in einer Fuhre. Richtig genial. Habt ihr schon alle Gala-Pokémon bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Flambion ist schon da, die Weiterentwicklung. Das Flunschlik, das Mautzi, das Mautzinger und auch das Barrikadax plus die zwei Vorentwicklungen. Ich bin zufrieden. Das Event ist für mich eigentlich gelaufen. Eigentlich müsste ich nur noch meinen Genesekt abholen. Wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Ich stelle mal weg hier vom Friseur. Nicht, dass sie mir noch die Haare schneiden wollen. Euer Ramses.